Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Info. Und zwar die Info ist die als erstes Mal Das Together läuft mit Part 80 aus von Hexit. Das heißt ihr könnt die Welt dann danach runterladen und damit machen was ihr wollt. Dann kommt noch was dazu. Dead Space werde ich erstmalig pausieren, da ich zur Zeit eine kleine Lücke habe. Also ich weiß nicht wie ich weiterkommen soll. Die nächste Info ist das Single Let's Play. Das wird jetzt die nächsten Wochen ab der Info hier ein bisschen unregelmäßiger kommen. Dann ist noch eine Info, also die Videos werden auch ein bisschen weniger. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und sonstiges. Also Likes, Feedback, Abos und den Zuwachs. Dann ist noch die nächste Info, ja was war die nächste Info? Ja ich mache das hier gerade Freestyle mäßig. Ja, achso auf eurer Anfragen wegen könnt ihr mal bei uns vorbeigucken. Ähm, da muss ich jetzt schon mal eins sagen, ich werde es alleine machen. Also nur ich jetzt, Brody G hat da zu, ja weniger Zeit. Und ja, da kann es sein, dass ich hin und wieder mal, ich schreibe meistens jetzt nur Danke drunter oder ich schaue da mal vorbei, wenn ich Zeit habe. Und zur Zeit habe ich halt wenig Zeit, deswegen tue ich meistens nur Danke nur noch unter eure Kommentare schreiben. Ich hoffe ihr habt dafür auch Verständnis, denn, ähm, ja, weil ich muss, also wie die Woche, wo jetzt die Info gerade hochkommt, habe ich Berufsschule und den Freitag bin ich halt beim Abteilungsleiter von unserer Firma eingeladen. Und der macht da eine kleine Fete und ja, da habe ich halt, weil eigentlich ist es Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonn, also Samstag. Sonntag ist dann eigentlich nur noch Verknüpfen der Videos mit Playlist und nächsten Part. Ja, auf jeden Fall, das wäre es an der Stelle schon mal. Wenn ich noch ein paar Infos für euch habe, kommt noch mal ein Video. Auf jeden Fall, bis dahin, ciao.